Ganz passiv sitzen, Hände ruhig, Hände ruhig, gut, jawohl, sag mal gut so, und die Hände bleiben tief, mit der Selbstzeit am Sattel, am Sattel, gut, jawohl, so, zieh weg, so, durch den Eimer, baut er aus, so, weniger Aufwand, nicht zu deinem Schenkel schubsen, aufrichten, so, gut, so, durch den Eimer, und die Hände, so, durch den Eimer, hierher Hof, Das andere Pferd genau auf den anderen zuspringt. Jawohl, genau so. Einer von euch bleibt da mal stehen. Bisschen mehr Galopp jetzt. Handschill tief. Aufgerichtet bleiben. Platz nehmen. Platz nehmen. Und wieder Rhythmus. Rainer einmal aufpassen. Sie kommt da gleich um die Kurve. So kommt sie um die Kurve. Nicht, dass sie dich platt macht. Links sitzen. Aufrichten. Hinschauen. Muss hingucken. So. Wieder Rhythmus. Wieder Hand tief. So. Über den ersten Sprung groß bleiben. Blick nach rechts. Gut. Und wieder Rhythmus. Aufgerichtet bleiben. Aufgerichtet. Platz nehmen. Nicht auseinander schieben. Und drehen. Und drehen. Und drehen. So. Und wieder ausrichten. Das Pferd wieder aufs Hinterbein bringen. Hände bleiben tief. Oberkörper bleibt groß. Der Blick geht nach vorne. Am Pinkel weiter treiben. So. Und einmal loben. Und in aller Hinschleudern. Lass dich hin. Hintern in die Sattel. Und schleifen. Däckchen einmal. So. Gut. Wieder ein bisschen mehr Galopp. Lieber. Und. Etwas mehr. So. Und so. Andes. Weiter will ich Kopf zu weit kommen. Und Sprung wieder aufrichten. Und weiter tief. Blick nach vorn. Sehr gut. Das war sehr gut geritten. Ah ja. Sehr. Unterwärts. In die Senkel. In den Formen. In den Hinschleudern behalten. Und in den Hinschleudern. 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 Und weiter frei. Mittelposition ansteigen. So. Leider stirbt hier ab. Gehen wir los. Bis zum nächsten Mal.